Na, willst du heute wieder zu spät? Komm, nun mach! War prima, aber nun schnell in die Klasse. Ach, ich nehm noch ne Kakaomilch. Alex! Alex, Alex Hoffmann mein Name. Ich wohne in Wittenberg, geh da zur Schule, treibe Sport, fahre Fahrrad, ziemlich gern übrigens. Ach, was erzähl ich euch? Bin genau wie ihr, nichts Besonderes. Wenn nicht eines Tages plötzlich, sonst hätten ja die Filmfritzen keinen Film mit mir gemacht. An diesen Tagen sind Sachen passiert, da bin ich vielleicht in die Klemme gekommen. Wenn er nicht gewesen wäre. Ihr kennt ihn ja alle. Was quassle ich lange. Es war ein tolles Abenteuer. Dich und dein Pferd, euch lockt die Weite zwischen Beikall, Wittenberg und der Prärie auf dem Kopf. Dein Hut und die Kohl, dann der Seite doch allein. Allein bist du nie. Alle Kaubeis spannt die Pferde ein. Verfluchte Landratten! Seid mir leid. Warum macht ihr nicht die Leiden los? Bullenjak, du begleitest ihn. Ah ja, ich seh. Pass nur auf den alten Herrn Pferdekräger auf. Reite, 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 du bist nicht allein auf dich gestellt. Darum reite, 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 für die Gerechten dieser Welt. Für die Gerechten dieser Welt. Seid bereit. Die Unterrichtsstunde hat längst begonnen. Fernsehverbot! Eine Woche! Er ist für Ordnung und Sicherheit verantwortlich. Nein, nicht doch. Ich kann kein Blut sehen. Alex? Alex, haben wir uns jetzt? Wenn ihr Lust bekommen habt, geht rein. Guckt ihn euch an. Nicht vergessen, der lange Ritt zur Schule. Ich vermissleu elections. tight.